Beides für mich Gesamtpaket. Einfach harmonisch. Passt alles gut zusammen. Lange, lange nicht mehr so ein gutes Krokken-Gessen. Wirklich. Ohne Lieben, schön ist dein Start. Seid aus den schönen Hamburg. Heute wird es eine schöne Halal-Footour geben. Und zwar werden wir jetzt frühstücken, wir werden Mittagessen, wir werden Abendessen. Alles Halal. Auch mal für die Halal-Community, sag ich jetzt mal. Auch ein kleiner Kuss, auch für den ganzen Support und so weiter. Und wir werden erstmal schön Schlemme im ersten Laden. Und ja, ich bin gespannt. Und denkt dran, auch in diesem Video wieder 50 Euro random an irgendjemand aus den Kommentaren. Knallt mir die Kommentare voll. Auch gerne natürlich mit euren nächsten Zielen. Und dann klappere ich die mal ab. Jetzt geht's Anka, Kepa, äh, Frühstück. Ich glaube, ich werde mir zusätzlich zu meinem Frühstück dann auch noch ein Tantoni gönnen. Diesen Laden auch von euch empfohlen in den Kommentaren. Also schreibt mir auch gerne eure Kommentare wieder rein, wo ich als nächstes was testen soll. Wir haben hier den Kollegen Besitzer auch noch am Start, ne? Alles, was wir hier haben, machen wir hier jetzt auch frisch. Ja, ja. Aus natürlichen Zutaten, Geschmacksverstärkung. Gar nichts drin. Kein Leid. Okay, alles Halal hier, ne? Alles Halal. Okay, so muss das sein. Aber habe ich eben angekündigt. Hättest du jetzt gesagt, nicht alles Halal, dann wäre ich voll der Idiot gewesen, ne? Ihr seid ja bekannt, unter anderem natürlich für Tantoni. So steht ja auch dran. Aber ihr habt auch richtig schönes Frühstück. Wir werden mir jetzt zwei Suppen gönnen. Du brauchst das auf unseren Adana-Schmiss oder was? Den auch noch? Da musst du aufpassen, weil ich bin Adana-Experte. Das könnte sein, dass es kritisch für dich wird in der Bewertung. Willst du dich drauf einlassen? Ja, natürlich. Ja, okay, okay. Wir nehmen auch noch deinen kleinen Adana-Schmiss. Wunder dich nicht, ich schlängel mich hier an dir vorbei. Oh, das wird aber knifflig hier, wenn ich mich hier... Oh, mein Lieber. Gleich ein Zelt hier in der Hohle wieder. Ne, das heißt, ich habe einen kleinen Schniedel, ne? Hm, ich vergiss, was ich gesagt habe. Was ist Tantoni überhaupt? Tantoni ist ein Gericht, das wird in der Pfanne dort zubereitet. Ja, ja. Ja, das Fleisch wird angebraten, vermischt mit Wasser und Öl, mit Paprikapulver und dann in so ein Boot eingerollt. Ah, okay. So, das Fleisch ist schon fertig. Das braten wir nur an. Vorher wird das Fleisch eingekauft, gesäubert, geschnitten, gekocht. Mhm. Das wird geliefert täglich, das ist frisch, in einer Bäckerei gemacht, so auf Steinofen. Okay. Ah, okay. Ich leg hier mal los mit dem Tantoni schon mal, bevor das kalt wird. Man soll da wohl Zitrone noch mal reintröpfeln, das soll noch geiler sein, das mache ich jetzt auch. Und die Linsensuppe. Dankeschön, dankeschön. Bisschen Brot und Zitrone. Ah, schön angeröffelt. Danke dir. Perfekt. Danke, danke. Guck mal, meine Linsensuppe. Angerüstetes Brot. Nochmal Peperoni und Zitrone. Früher mochte ich nie so gerne Suppe, aber ich habe richtig geile Suppmesse, wie das auch letztens in dem Video mit dem besten Restaurant im Buch Zulip, müsst ihr euch angucken, die krankeste Suppe meines Lebens. Sehr linsig, intensiv. Meiner sagen leicht fruchtig, fragt mich nicht, wie das kommt. Die würde ich jetzt sagen, wäre ein klein bisschen zu wässrig tatsächlich, aber kann man gut essen. Also schönes, schönes Aroma, schön linsig vor allem, das ist gar nicht schlecht. Ich habe eben schon vom Tantone probiert, das Brot ist mir ein bisschen zu dick, zu massiv, aber schauen wir mal. Stabiles Tantone, kann man nicht anders sagen. Aber schönes Fleisch, gutes Fleisch, schön mager, fällt mir eigentlich, weil eigentlich wollte ich nur eine Suppe fressen, aber wie das so ist, dann heißt das Tantone da und probierst das auch noch, wird auch noch ein Aderner jetzt kurz probieren. Und dann gönnt sich sonst nichts. Ein kleiner Laden, also da ist wirklich viel los. Die Leute sind begeistert hier. So, hier kommt mein Aderner im Brot. Sehr schön angerüstet hier. Das macht Hunger auf dem Meer, in der Tat. Ich weiß nicht warum, ich werde unten anfangen. Direkt auf eine Peperoni gebissen. Schöne Säure, weil die sind ja eingelegt. Schöne Zitrone noch, sogar hier unten. Esel, man. Guck mal, was ich gemacht habe. Oh Mann, naja. Aderner gefällt mir sehr gut. Selbst im Aderner ist das noch so ein bisschen bissfest. Oh Mann, jetzt habe ich mich schon wieder vollgekleckert. Schöne Schärfe, Zitrone, wie auch Chili-lastig halt. Aderner für mich Highlight hier, absolut Highlight. Eine Gesamtnote von dem Schuppen hier, gewinnt mir 7 Punkte. Aderner würde ich echt eine 8,4 geben, finde ich echt geil. Mit Tantoni hätte ich eine 7 geben, Suppe so 6,5. Aber dick Potenzial der Lade und das Aderner trotzdem, wenn das geröstet ist, brutal. Wir sehen uns im nächsten Laden. So, also ich habe erst mal Feedback für dich. Aderner, richtig brutal. Also Leute, für Aderner, das ist hier, glaube ich, in der Ecke, und ich habe hier viele gegessen, der beste Aderner, den ich bisher gegessen hatte. Tantoni hat in Anführungszeichen nur eine 7 gekriegt, weil ich das Brot zu präsent fand. Hauptsache es hat dir geschmeckt. Ja, Mann, auf jeden Fall, ich danke dir schon mal vielmals, ne? Ist in der Videobeschreibung die Adresse, ne, falls ihr die sucht. So, jetzt muss ich es nochmal sagen und, äh, 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 hehehe, hehehe, das habe ich vergessen. Gerade Aderner, ich schwöre es euch, 5,50 der Preis, Preis-Leistung unschlagbar. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Jetzt nehmen wir uns im nächsten Laden. Vor es weiter geht zum nächsten Stopp-Essen, zeige ich euch mal ganz kurz, einmal nochmal. Eier rasieren im Auto, ganz kurze Werbeunterbringung für Manscaped. Ein Monat, Rückgabegarantie, gebraucht alles, deshalb probiert es aus. Ich habe hier auch am Start ein Nasen-Ohren-Haar-Rasierer mit der gleichen Skin-Safe-Technologie. Ich möchte euch heute zum 3-Monats-Programm quasi verführen, zum Abo. Da kriegt ihr alle 3 Monate dann die Sachen, die ihr braucht, nach Hause geschickt. Ihr könnt euch auch in eurem ganz normalen Account einloggen. Ihr könnt da Sachen dazu buchen, wie zum Beispiel Balldeodorant oder normale Hygieneartikel, wie Nagelknipser und so weiter. Gibt es alles da am Start. Ihr könnt auch Sachen natürlich abwählen. Ihr könnt auch Lieferintervalle, also euren genauen Lieferzeitpunkt auswählen, verschieben, etc. Ihr habt da auch die Möglichkeit, Geschenke mitzubestellen zu euren Mitgliederpreisen. Etliche Vorteile dadurch. Genau, das Ganze mit dem Code HOLLE, 20% Rabatt und kostenlose Lieferung. Ja. Und jetzt geht es weiter im Video. Okay Ali, was würdest du mir denn empfehlen? Alles Halal bei uns. Fleisch kann ich dir unsere Lammspieße empfehlen. Das ist Kebapteka. Das ist neuseeländischer Lammlachs. Kommt mit dem traditionellen Koppelireis. Was ich dir auch noch ans Herz lege, sind die Mantu Teigtaschen. Das afghanische Gericht, äh, schlechte Lamm. Okay, dann nehme ich die Teigtaschen und Lamm esse ich auch gerne. Ja, dann. Perfekt. Ja, ich glaub ich würd Lammhacksel dann nochmal probieren. Lammhacksel und Teigtaschen. Ach, die habt ihr schon vorbereitet, ne? Wir machen die bei uns auch selber. Also wenn du Gäste zum Beispiel zu Hause empfängst. Die sind hier sehr aufwendig in der Zubereitung und das ist eine Art Wertschätzung. Das ist Wertschätzung, ne? Das ist auf jeden Fall genau Wertschätzung. Da saß jemand vorher in der Nacht mindestens dran und hat diese Teigtaschen gefüllt. Was denkst du würde deine Mutter machen, wenn du sie einnitzt und du machst auf einmal Fertigpizza zu Hause? Das geht gar nicht. Denkst du sie würde dich auffangen? Das vielleicht nicht, aber ich glaub, dass er würde es auf jeden Fall in Gefahr. Geil. Dann gucken wir mal ein bisschen auf die Zubereitung. Ach, das sind auch die Spieze für mich? Das ist Spieze für sie. Das ist ein Lammfilet. Das riecht richtig nach Knoblauch. Meinst du, richtig ist Knoblauch drin, ne? Ich hab einmal, glaub ich, erst afghanisch gegessen. Und da, äh, die haben mich nicht überzeugt. Also da bin ich sehr gespannt auf die hier. Auf die mich sie so überzeugen, ne? Wir haben hier, äh, neue Öffnungen gehabt. Das ist ja in Eppendorf, sag ich mal, reichen Gegend, nenne ich mal so in Hamburg. Und ja, das war vorher auch sehr gut, sehr traditionell, aber gefühlt zu traditionell. Jetzt haben die es ein bisschen auf modern aufgemacht. Wir haben hier die Teigtaschen, das ganz traditionelle Mantou, gefüllt mit Rinderhack, auf dem Joghurtboden, Hacksauce, hier die schöne Lammfilet auf dem Grill mit geilen Himbeeren. Das sind karamellisierte Karotten und mit Sultanin und Lammhackse. Auch geil aufgemacht, Joghurt, Minzjoghurt, hier noch Granatapfelkerne drin, bombenmäßig, bombenmäßig. Ich fange mir erst mal mit Mantou an, weil ich liebe einfach Teig, oh, oh, Teig, oh, ich schalte es mal rumgehauen hier. Oh, ich hab dich ja, Junge. Schön Minzjoghurt dazu, du hast halt eine leicht tomatige Soße von den Tomatenofen, wird aber nicht zu präsent. Die Minze runden das perfekt ab, du hast diesen typischen Zwiebeln, Hacksack davon drin, Teig dazu, top. Ich hab dir hier die schönen Karotten mit Rosinen drin, ich liebe Rosinen, auch im Reis dann zum Beispiel, mag ich sehr gerne, streiten mich die Geister, ganz genau, streiten mich die Geister. Schön weich, lieblich. Reis, wie ihr sein sollt, da ist auf einmal dann diese Früchte, diese Süße dazu, kommst du einmal raus aus diesen Deftigen und bam, kommst du wieder rein in diese Lammhackse. Also, ich fang ja das, guckt euch das mal an, das fällt auseinander, da ist ganz viel Liebe reingefossen, ganz saad, das Fleisch, ganz saad. Ja, die Esel haben die ganzen von hinten gefilmt, aber war ich zu komplett schattig? Ziemlich, Digga. Ziemlich, ja. Also, wir haben die Spieße hier, ich nehme jetzt einfach mal voll auf barbarisch, kann man das sagen? Ja. Ich nehme mich hier raus und werde mal, schön intensiv Knoblauch, geile Konsistenz, schön mager, aber nicht zu trocken, das ist eine schöne Röstung am Fleischstrahl. Die schmeckt man, die knackt, geil, schön saad. Und wenn wir jetzt so einmal einen dicken Löffel mit Reis, Soße und Fleisch, so muss das sein. Ich habe mir ja mal zwei Welten, warm, intensiv, saftig, deftig, schön neutralen Reis, quasi, schönes Essen. Ich werde durchweg mit 9 Punkten von 10 wirklich geben, weil das einfach alles passt, hinten und vorne. Es ist kein irgendwie, oh, hier fehlt der Geschmack, hier ist zu viel, hier ist zu wenig. Ich finde einfach keinen Fehler an dem Essen, es ist einfach durchweg lecker, handwerklich top gemacht, top, kriegt 9 von 10 Punkten von mir, durchweg jedes Gericht. Mit dir kann man sehr gut essen gehen, wenn man auf dieser Art von Essen steht, dann findest du kein Haar in der Suppe. Top, die, top. Jetzt sehen wir uns gleich zum Abendessen, beziehungsweise ich werde nochmal ein bisschen pumpen mit dem Park, bang, 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 und dann sehen wir uns beim nächsten Laden. Jetzt weiß ich, warum die die Küche auf ein bisschen nobel gemacht haben. Hätte ich zwar keinen Bock zu wohnen, aber macht was her, guck mal hier. Ich habe viel Geld, Alter. Oh, haha, da kommt der Kollege und kontrolliert die Autos. Gute Arbeit. Also sowas wird gebraucht. Okay, wir gehen jetzt mal eben trainieren, eine kleine Runde und dann geht es weiter ans Fressen. So ein gutes Croc zu machen, das ist nicht leicht, deshalb habe ich Angst vor der nächsten Location, aber ich hoffe trotzdem natürlich, dass wir da was Geiles zu bieten kriegen. Natürlich geboten kriegen. Also Bruder, ohne viel reden, mach mir einfach dein bestes Croc bitte. Kommt. Kommt. Hard turn cold, lost control, looking at this beautiful distraction, fell in love with a fatal attraction, I really let my guard down, I'm relaxing, why did I open up, she taken away too much, put in my hall and got nothing bad, I'm feeling so ashamed, I fell up to your game, why you gotta do me like that, don't say you love me, take away and leave me, you can't get ugly, optimal, so, und dann komm ich gleich wieder rein. Ich hatte erst ein bisschen Angst, zu viel Salat, aber die haben schon ordentlich Belag, Käse, Sucuk, hier die, ähm, und das Chicken, diese Panade, und das machen die auch alles selber, und alles, komplett, das Komplett, oh, ich denke, mir winkt jemand gerade zu, ich denke, wer grüßt mich da, ich esse, äh, hier könnt ihr essen gehen, das ist alles Halal, für die Halal-Community, Chicken habe ich, ähm, Knoblauchsoße, und bei Sucuk ist Chili-Cocktail-Soße drauf, ist richtig knusprig geworden, hat man vielleicht in den B-World schon gesehen, Außen knusprig, innen weich, das Sandwich, gute Brotauswahl, ordentlich Belag drauf, saftig, geile Soße, gutes Brot, Salat macht dort das Gewissen ein bisschen besser, ordentlich Salat drauf, gut schönes Kraut, frische Sucuk, mhm, Königs-Rissipid. Ganz ehrlich, hier kannst du richtig gut Trock essen, man. Schön die Sucuk hier unten, mhm. Ich nenne, dass du noch die geile Hähnchenbrust, mhm. Das gefällt mir richtig gut, das Essen. Trock findest du selten, Sandwich findest du selten gutes, Baguette, wie man es auch immer sagen mag, Alter. Ich sag das ja jedes Mal wieder mal. Also, auch so auf den Punkt zu bringen, beides für mich Gesamtpaket, einfach harmonisch, passt alles gut zusammen. Wenn ich den Gesamtgeschmack einfach jeweils von beiden Krauts bewerten müsste, würde ich eine 8,5 für beide geben. Lange, lange nicht mehr so ein gutes Koffi gegessen, wirklich. Ja, Mann, das war's, das Video hat mir sehr Spaß gemacht, sehr geiles Essen heute gewesen, war den ganzen Tag halal gepressen. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch dabei. Bom, äh, Mann, was redet ich denn schon wieder hier, Mann? Ich hoffe, ihr seid jetzt mal auch dabei, Mann. Nein, nächstes Mal auch dabei. Und, äh, denkt an das Kommentar, 50 Euro Gutschein random und eure Kommentare, wo es als nächstes hingehen soll. Vielen Dank für euren Support, jetzt schon lange Jahre, möchte ich beinahe sagen und bis zum nächsten Mal.